Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft, um genauer zu sein, in Folge 403 mittlerweile. Ich ja ha ha, so einige Zeit ist ja mittlerweile schon gar nicht vergangen. Gestern kam ja eine Folge, was labere ich wieder hier, ich bin jetzt gerade wieder so im Rhythmus. Nein, ich war, bin heute mal wieder ein wenig verpeilt, das muss ich ja wieder zugeben. Liegt nämlich daran, dass ich heute eigentlich gar nicht aufnehmen wollte, jetzt muss ich aber doch aufnehmen am Ostersonntag, weil ich die nächsten beiden Tage nicht da bin. Ach ja, das ist doch immer schön. Ja, deswegen darf ich jetzt heute fleißig aufnehmen wieder noch, damit ich was habe, weil eigentlich wollte ich das morgen machen. Morgen, wie gesagt, ich nix da, also ich jetzt noch schnell heute Vormittag aufnehmen. Weil heute Nachmittag bin ich auch wieder nicht da, da muss ich auch noch weg. Ne, Ostersonntag und so ab zur Verwandten ist ja normal und gehört sich auch so und macht man ja auch immer gerne, aber muss das unbedingt heute sein. Nein. So, ne, wir wollten ja heute jetzt hier im Minecraft ein wenig weiter bauen und ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Ich glaube, wir wollten den Staunen da weg machen, ne, yo. War hier eigentlich noch Erde in der Kiste? Ne, auch nicht. Ja, ich würde echt mal interessieren, wo die geblieben ist. Ich weiß, ja, okay, wir haben dann nachher noch ein bisschen gebaut, aber ist da wirklich die ganze Erde drauf gegangen? Für das bisschen Berg da vorne? Mein, ne, fresse, ne, echt. Wäre aber ganz schön viel dann. Also ist dann echt nicht feierlich mehr. Naja, gut. Werde ich mal versuchen, dass wir das dann eh wieder hinkriegen. Wir werden, ich glaube, heute die Schaufel schwingen, wenn ich mich nicht alles täusche. Hatte ich, glaube ich, so gesagt, ne? Reihenfolge erst und ausgraben und dann oben fertig machen. Ja, war, glaube ich, so. Damit wir definitiv genug haben, dann kümmern wir uns da heute mal drum. Ne, könnte spaßig werden, weil wir haben circa zwei Stunden Zeit. Circa. Wir haben jetzt halb zwölf. Eins, zwei, ja. Ja, doch. Anderthalb Stunden haben wir circa Zeit, bis ein Uhr nämlich. Derzeit will ich heute ein bisschen was schaffen. Und das meine ich wirklich ernst. Also ich will heute echt ein bisschen hier was scharwehen. Und deswegen packe ich auch erstmal den ganzen Mist hier wieder aus. So, den Sachen packe ich jetzt mal so in die Kiste. Dann bräuchte ich natürlich neues Werkzeug und wir haben mal wieder nichts hier. Ach, Mensch, wie schlau war das gerade von mir, bitte die Sache nicht mitzunehmen. Unheimlich auf jeden Fall. Also, ach ja. Naja, wenigstens haben wir schon mal hier oben das gebaut. So, und jetzt kommt, das nervt mich. Ich mach die Sachen jetzt zu einer. Jetzt muss ich erstmal weg. Hier ist sowieso gerade, das ist wenigstens sowieso nur Stoneheart. Meister wird gleich sowieso wieder Erde sein. Jetzt leckt das natürlich auch freudig. Ach, Mensch. Och, komm, Minecraft. Lauf weiter. Genau. Ja, heute geht mal wieder alles drunter und drüber, muss ich sagen. Ich freu mich drüber. Das wollte ich die Aufnahmen für heute rendern, für den Upload heute. Also für morgen, für gestern. Alle drei Tage auf einmal. Und, ähm, ja. Ne, also es ist die Folge, die halt am Dienstag kam. Die 401 und 402, also beide. Und, äh, die waren eigentlich schon fertig gerendert und so weiter. Wollte ich die heute Morgen zusammenmuchsen mit dem Audio zusammen. Ah, nur schön, dass das Video angeblich dann auf einmal über eine Stunde lang war. Obwohl das eigentlich nur 20 Minuten Aufnahme waren, ja. Und zum anderen war dann auf einmal, äh, das Video mehr als viermal so groß. War dann extrem schlau. Ich weiß nicht, was der gemacht hat. Er hat einfach mal weißes Bild irgendwie zum Ende reinkopiert. Ton war gar nicht da. Da hab ich mich dann sehr gefreut. Und dann, äh, hab ich grad einen Fehler gesucht. Und ich hab ehrlich gesagt erst keinen gefunden. Dann hab ich eigentlich theoretisch nur mal aus Spaß, um zu gucken, ob es denn daran liegen könnte. Ach ja, die Hülle ist sinnvoll. Ähm, nee, aus Grund, woran es liegen könnte, hab ich dann einfach mal das Audio einfach nochmal, äh, mit, äh, mit Audacity geöffnet. Und hab das Ganze nochmal exportiert. Darauf ging es dann. Ich weiß nicht, ob, äh, mein Audio-Extrakter oder wie das da heißt, äh, irgendwelche Spuren auf der Audio-Datei hinterlässt. Und der deswegen denkt, das ist eine einzelne Datei. Oder, halt, ne, nicht eine einzelne Datei, sondern irgendwie die Verknüpfung falsch wieder anbringt. Das wiss ich nicht. Auf jeden Fall hab ich die Vermutung momentan. Was ich persönlich ganz schön scheiße finde. Muss man einfach mal so sagen. Finde ich persönlich ganz schön kacke. Weil ich jetzt echt, äh, den halben Vormittag daran verbracht hab mit, ne, und das eigentlich heute schon in der Zeit aufnehmen wollte. Aber nun gut, kann man nicht ändern. Ist halt so. Ich setz hier vorerst nochmal gerade rein. Auch wenn wir die später wegmachen werden. Wir werden auch ein Wegchen bauen. Und das kann ich schon mal sagen. Hier wird drunter der Weg kommen. Hier werden die Sachen später von unserem Feld, müsst ihr euch vorstellen, das läuft alles hier runter. Fällt dann hier runter. In eine noch tiefe Etage, die halt unten drunter ist. Die wir irgendwann mal machen werden. Die wir aber vorher nur halb machen werden. Und von da aus dann mit Trichtern, wenn ich dann endlich mal updaten kann. Wenn der Shader-Mod und Texture-Pack und so geupdatet wird. Ähm, dann werde ich die Trichter und alles halt unten drunter setzen. Und, äh, die Trichter, von da aus wird das Ganze dann halt weitergeleitet wieder. Nach, äh, ich weiß nicht, entweder zu unserem Lager oder noch woanders hin. Ich weiß das momentan noch gar nicht. Je nachdem, wie viel Zeit wir hier haben, wie lange das hier allgemein dauern wird. Wahrscheinlich werden wir da da ein wenig weitermachen. Ähm, ich bin mal gespannt, ehrlich gesagt. Ich finde, ich habe noch keine Ahnung. Weil ich habe da momentan so zehn Lösungen, äh, ungefähr im Kopf. Und, äh, ja, ich weiß noch nicht, welche ich nehmen soll. Weil eigentlich sind alle geil an sich. Aber, ja, alle unterschiedlich zeitaufwendig. Alle irgendwie unterschiedlich vom Aussehen her und so weiter und so fort. Ich glaube, wir machen erstmal das Feld fertig. Das wird vermutlich jetzt sowieso heute die Aufnahme komplett dauern. Also, nicht das Feld fertig machen. Sondern, äh, die Vorbereitung dafür hier zu treffen. Von wegen, äh, wir machen jetzt die Erde hier weg und so. Und fangen dann oben drauf mit dem groben Feld an. Den Sand hier müssen wir ja auch komplett mitnehmen, weil wir brauchen Sandstone. Das kann ja noch ein Spaß werden hier. Ach, Mensch. Ich freue mich drauf. Ja, eigentlich freue ich mich wirklich drauf. Und ich weiß, ich labere heute wieder unheimlich viel Scheiß. Das sehe ich ein, das gestehe ich mir ein. Aber das ist halt heute so. Liegt eine Aufnahme. Nein, äh, ja doch, irgendwie schon. Wie gesagt, eigentlich, äh, wollte ich heute nicht aufnehmen, als ich dann aber gerade erfahren habe, dass ich morgen gar nicht klar bin. Das, äh, ach, das fand ich da nicht so. Nee, überhaupt nicht. Weißt du, denkst du, ach ja, komm, hast du noch für ein paar Tage, hast du noch Vorrat und so, kannst du, kannst du ganz entspannt, kannst du angehen, weißt du. Und dann, ach ja, übrigens, da sind wir nicht da, da müssen wir nochmal weg. Uah. Ach ja. Ach ja, ach ja, ach ja. Aber nun gut. So ist das Leben halt. Kann man nichts gegen machen. Muss man einfach hinnehmen. So. Alter, wie groß diese Scheiße hier ist. Mann, Mann, Mann. Und wir brauchen wirklich jetzt neue Werkzeuge, weil hier hinten ist nur noch Fels. Na, super. Och, komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt müssen wir vor allem erstmal wieder einen Weg rausfinden. Wir haben ja jetzt keinen mehr. Mist. Komm, gehen wir mal außen rum eben. Können wir ja auch mal machen. Wir müssen uns hier mal wirklich irgendwie einen Leiter hinbauen. Demnächst. Ich meine, sobald wir hier einmal das Feld fällig haben, danach werden wir sowieso uns, äh, werden wir den Weg dann anlegen? Ich weiß das nicht. Das ist das Problem. Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich das mache. Ne, den Weg werden wir noch nicht anlegen. Aber wir werden uns ein Provisorium gleich mal runterbauen. Von außen hier so runter. Weil die Sache ist halt die, wir müssen hier irgendwie runterkommen. Weißt du? Und, äh, so wäre das schwer. Hm. Ich weiß, das macht jetzt gar keinen Sinn irgendwie, aber egal. Ja, ich, äh, macht's jemals Sinn? Macht Minecraft überhaupt Sinn? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, ähm. Ja, leckt auch überhaupt nicht rum heute, muss ich sagen. Also, das ist, das ist das ganz Tolle. Es leckt gar nicht rum heute. Ähm, doch, tut's leider. 28, ja, es, es geht. Also, sagen wir mal so, jetzt haben wir 28 FPS. Das reicht vollkommen aus. Theoretisch bis 30, so 30 ist auch okay. Alles unter 28 ist scheiße. Ganz klar. Ja, ne, nicht Kohle. Ich, wie hier, von wegen Eisen und so brauche ich mal wieder ein bisschen mehr. Also, nicht sammeln, aber, äh, bräuchten wir mal ein wenig mehr, äh, ne, hier, Eisenerz. So. Könnten wir wirklich wieder ein bisschen gebrauchen. Ne, das brauchen wir auch später für die Bäume. Ach, Mensch. Dead Dwarf donig war sein. Was machen wir denn immer mit dem ganzen Stuff? Verballern tun wir den. Verballern. Einfach verballern. Genauso wie jetzt gleich schon wieder, weil wir kein... Oh, ich weiß. Oder weil wir keine Stickies mehr haben, oder was? Ach, komm schon. Das finde ich doch jetzt scheiße. Okay. Welches Holz hasse ich? Das hasse ich. Verballern wir mal wieder die Stickies. Ich weiß, wir haben vermutlich in unserem Bauernhaus noch welche. Das ist ehrlich gesagt mir gerade Schnuppe. So, das sollte erstmal reichen. Dann kommt ich erstmal hier rein. Nehmen wir einen Stack mit. Das reicht locker. Dann können wir jetzt erstmal loslegen. Wieder freudig mit dem Werkzeugbau. Ich glaube, wir werden wirklich noch recht viel gebrauchen können von dem Zeug hier. Wie gesagt, wir haben ja hier sowieso noch ein bisschen mehr zu tun. Ich meine, das ist ja gerade mal der Anfang hier. Von der Weltüberarbeitung. So, machen wir mal vier Schaufeln. Die sollten ja reichen. Haben wir, glaube ich, beim Bergbau auch gemacht. Weiße, vier. Die reichen echt mal lange Zeit. Zwei neue Spitzhacken müssten es theoretisch auch schon tun. Haufe ich jetzt mal. So. Dann sortieren wir den ganzen Scheiß hier nochmal einmal ordentlich. Die Sachen packen wir gleich aus. Das kommt da hin. Das kommt da hin. Ne, das kommt da hin, weil da kommt die hin. Ach ja. So. Dann wollte ich, äh... Die Sachen kommen zu lange in die Kiste rein. Den Kabelstern können wir eigentlich auch hier reinpacken. Und wenn überhaupt brauchen wir später Cleanstone für den zweiten Raum hier drunter. Ne, so jetzt hier einfach runterspringen. So passiert ja nichts. Ne, weil hier soll ja später mal ein zweiter Raum drunter kommen. Und dafür werden wir vermutlich noch jede Menge Cleanstone brauchen, um den Vettel zu stellen und so weiter und so fort. Ihr wisst wahrscheinlich warum. Vermutlich mal. So, ich überlege gerade hier. Äh, ist okay. Hier ist so. Mache ich hier einen Breitengang hin oder wie mache ich das hier? Eigentlich wollte ich ja hier so eine Scheibe hinsetzen, wenn das Ganze dann hier runterläuft und so. Aber wir versuchen es einfach mal so auf die andere Art und Weise. Also, okay. Wir brauchen aber gleich Sand auf jeden Fall. Aber erstmal mache ich das jetzt hier. Das Viereckfeld, danach hole ich mir den Sand. Und dann geht's weiter. Wir brauchen echt Sandstone ohne Ende. Und ach du Scheiße, das wird nicht noch assi werden hier. Weil von Sandstone brauchen wir echt jede, jede, jede Menge fürs Feld. Weil ich hab mir erst gedacht, äh, ja komm, probier's mal rum und so. Und dann ist mir echt aufgefallen, Sandstone sieht am geilsten aus. Weil es einfach am hellsten ist und so ein bisschen halt zum Feld passt. Also auch so ein bisschen als Kontrast zum grünen halt. Das Gelb, ehrlich gesagt, geiler als Grau. Grau sieht da so ein bisschen, bäh, so hingeklatscht aus. Ja, deswegen werden wir das Sandstone benutzen. Und der ist überlegt, ob ich das anders machen soll. Aber, da kannst du nur Sandstone nehmen. Also alles andere sieht scheiße aus. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Also, ich hab da echt den einen Tag recht rumprobiert mit allen möglichen Sachen. Das waren vier Stunden oder sowas, hab ich da rumprobiert. Mit allen möglichen Materialien mal geguckt, wie sieht's aus, wenn ich das so mache. So, so, so. Hab mir so ein Testfeld hier halt schon mal gestellt. Also, ich hab das schon mal komplett gebaut. Im Creative natürlich. Hab damit rumprobiert und muss sagen, mir hat's mit Sandstone echt am besten gefallen. Deswegen werden wir das einfach mal so ausprobieren. Ich hoffe, das sieht nicht nachher allzu dämlich aus dann doch noch. Weil zu viel sieht dann auch nicht geil aus. Also, man muss in Maßen benutzen. Und wir werden einfach mal gucken, wie wir das machen. Ich mein, das Wichtigste ist sowieso erstmal das grobe Feld. Da werden wir das gar nicht verbrauchen heute. Weil wir erst morgen brauchen. Aber hier unten werden wir das vermutlich schon brauchen. Wenn wir das hier vorbereiten. Weil, bereiten wir das unten schon vor? Ich weiß das gar nicht. Einerseits würde ich das da gerne heute schon machen. Andererseits überlege ich noch, ob ich hier hinter noch was setze. So einen anderen Raum oder sowas. Mit Kisten und so für die Feldsachen. Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Müsste ich mal überlegen. Hm. Schwer zu sagen. Weiß ich wirklich nicht. Na ja. Aber irgendwie werden wir das glaube ich schon hängen kriegen. So, jetzt wird es natürlich wieder Nacht. Das ist ja selbst verfreilicht. Wunderbar ist das, wenn jetzt wieder Nacht ist. Da freue ich mich echt, dass so Nacht ist. Hatten wir lange nicht mehr. Ich glaube zum Beginn der Aufnahme erst. Aber lange, lange nicht gesehen. Na, sehr lange. Vor zwölf Minuten. Würde ich mal sagen, war noch Nacht. Aber egal. So. Jetzt müssen wir sowieso erstmal hier durchgehen. Und das ist jetzt das Schönste. Alter, bis wo müssen wir hier? Wir haben uns hier irgendwie doch die Stelle markiert, ne? Alter. Wie krank das werden wir. Das soll nicht sein. Nein. Wo haben wir denn hier? Wir haben doch uns hier irgendwo eine Markierung gesetzt. Verdammt. Sonst müssen wir uns von der hier aus wirklich komplett durchgraben hier hinten. Müssten wir ja sowieso. Wobei, wartet mal. Bevor wir das machen. Ah, jetzt bin ich auch blöd jetzt. Jetzt werde ich einfach im Kreis. Na ja. Egal. Wir brauchen nämlich vermutlich noch ein bisschen mehr Dirt. Ich glaube, wir kommen mit einem Stack da schlecht hin. Ich will das Feld jetzt schon mal anzeichnen auf der anderen Seite. Damit ich dann nämlich von da aus gleich loslegen kann. Oder sollen wir erst... Es wäre eigentlich sinnvoller, erst das Feld jetzt zu bauen. Beinahe. Ich bin mir da echt auch unschlüssig. So, wir nehmen jetzt erstmal ein bisschen mehr Dirt. Komm, weißt du was? Wir bauen jetzt das Feld da hin. Sei es doch drum. Wir nehmen jetzt so viel Erde mit, wie es geht und fangen schon mal an. Ne, ne, wir fangen doch nicht los. Ich kann mich nicht entscheiden. Was werde ich wohl machen? Naja, egal. So, hier der wird noch bleiben an der Stelle. Da muss der weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das kann ich hier denn schon mal aufstoppen. So, jetzt ist das Nächste. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins. Na super, jetzt dürfen wir hier theoretisch eigentlich schon mal durchbauen, damit wir hier nicht nachher ein Problem kriegen. So, der kommt weg. Ach cool, ich hab den Timbermord rausgenommen. Ich hab den ja nicht nur drin. Naja, egal. Ist auch nicht verkehrt. So, jetzt haben wir keinen Platz mit dem Inventar da. Das wird aber nicht mehr lange der Fall sein. Dann haben wir das Holz gleich mit. So, elf haben wir noch. Haben wir das irgendwo wo wir stacken können? Nee, natürlich nicht. Schade. Egal. Wir müssen jetzt da oben weitermachen. Und ihr seht schon, das Feld wird gigantische Ausmaße an dem. Also eins, zwei, drei, vier Felder haben wir schon. Fünf, sechs, sieben, acht. Ja, ich glaub es sind acht Felder, glaub ich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ne, kann das? Ne, nicht acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, den Baum lass ich jetzt hier aber vorerst mal stehen. Vielleicht können wir den ja erhalten, ich weiß es nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich glaube, das hier war das letzte Feld, wenn mich nicht alles täuscht. Kenn das? Eins. Müssen wir gleich mal ganz kurz gucken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich weiß nicht, ich glaube es waren acht Felder. Wir gucken jetzt einfach, wir laufen mal hier einfach rüber. Ich glaube eins können wir noch. Oder nee? Nee, hier ist Ende. Na gut, sind es nur sieben Felder. Ja, doch, passt aber mit den Zahlen, die ich letztes Mal genannt hab. So, dann müssen wir nämlich jetzt hier lang gehen. So, dann müsste das Feld nämlich hier, wo der Baum steht, durchgehen. Ja, dann gehen wir mal bis hier hinten. Weil wir müssen ja die Pistens und so auch noch unterbringen. Das heißt, wir müssen alles, was sich hier jetzt in dem Feld befindet, nicht wegmachen. Weil hier müssen wir ja hier auflängsen. Ja, theoretisch wäre es jetzt sinnvoll, die Felder schon mal grob vorzubauen. Und weißt du was, dann mach ich jetzt nicht. Aber, ich bereite zumindest hier so grob die Linien vor, dass ich weiß, bis wo ich wegnehmen muss. Da ist ja echt nicht wenig. Hier muss ja noch ein ganzer Berg wieder weg. Ne, heißt, wir verschieben mal wieder Berge. Aber dafür ist die Planung jetzt so größtenteils schon mal abgeschlossen. Ihr seht schon, in welchen Ausmaßen wir hier planen momentan. Ja, und das ist, äh, ja, das ist schon ein schönes Feld. Also vor allem nebeneinander kommen hier noch ein paar Felder ja definitiv hin. Und wir benutzen hier wirklich die gesamte Fläche, die wir hier zur Verfügung haben. Das heißt, äh, clean ist das Feld auf jeden Fall nicht. Naja, das kann ich euch so sagen. Also das ist, äh, nee. Das wird schon echt demnächst größer. Aber immer gespannt. Also wir sollten damit auf jeden Fall, äh, sollten wir da Kartoffeln, Karotten, Möhren, alles anbauen können. Kartoffeln, Karotten und Möhren, das ist auch übrigens die geilste Aussage. Also nicht so, dass Karotten und Möhren irgendwie so an sich dasselbe wären oder das gleiche, aber egal. So, und bis da müssen wir hier hinten gehen. Ne, das ist glaube ich so die richtige Höhe, wenn ich nicht alles täusche. Ich hab noch nicht mal mitgezählt. Sind wir ein zu hoch, wa? Ne, passt. Gut, dann ist das nämlich hier der Bereich. Bis hier müssen wir circa gehen. Okay. Ja, das wird ja spaßig werden. Oh, da vorne schwimmt das Wasser in der Luft, weil da gar keine Wand ist. Egal. Ist nicht unser Ding. Dann können wir jetzt gleich mal hier irgendwo anstoßen, verdammt. So. Dann müssen wir hier nämlich den ganzen Berg wegnehmen. Weiß den ganzen Berg, hier ist ja nicht zu viel. Das lässt sich auch noch recht zügig anpassen. Die Bäume, die da drin stehen, die kommen dann gleich auch weg. Da hegt sich schon wieder runter. Ah, da siehste. Passt doch mehr als locker. Jetzt müssen wir hier die ganzen Bäume weg erstmal. Die stehen mitten im Weg. So. Erstmal das mitnehmen kann, war wieder Holz für Stickys, weil für mich eignet sich das Holz, finde ich persönlich nicht. Das ist echt so ein Holz, das finde ich sieht nicht so geil aus. Also es ist mir zu grau. Zu graustichig. Die anderen Holzorten, die sind ja noch alle wenigstens irgendwie hellfreundlich, schön strahlend aus, vor allem wie Bürke. Sieht noch nett aus, aber... Äh, ja. Das war's dann auch. Also den Baum da vorne versuche ich auch mal stehen zu lassen hier. Also der jetzt hier auf der anderen Seite steht und hier, die müssen noch weg. Der ist mal wieder Monsterbaum. Das kann also wieder spaßig werden hier. Wobei, ne, ich glaube da kommen wir noch, kommen wir noch bis oben? Ne, natürlich nicht. Weißt du, gerade wenn ich's da sag, dann ist der, dann passt nie mehr. Na gut, egal. So, weg ist er. So, hier, der muss auch noch weg. Haben wir wahrscheinlich ein Stack Holz gleich schon wieder dabei. Naja, 27,5. Okay, reicht aber auf jeden Fall aus. So. Wobei, hier liegt auch noch Holz. Kommt auch noch hin, wa? Puh, zumindest wirklich den Halm. So, hier, der Baum muss auch noch dran glauben. Der steht auch noch mitten im Weg. Aber dann sollten wir auch alles haben, dann können wir mit dem Abreißen anfangen. Aber nicht mehr in dieser Folge, fällt mir gerade auf. Denn wir sind schon wieder am Maximum der Zeit angekommen. Ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen wieder. Bei einem schönen Terraforming jetzt fürs Feld. Und ich würde sagen, tschüss.